Glück im Unglück. In Alaska ist ein seit Wochen verschollener 30-jähriger US-Amerikaner jetzt zufällig von einem Hubschrauber gerettet worden. Er war völlig von der Außenwelt abgeschnitten. Mitte Dezember war in seiner abgelegenen Hütte ein Feuer ausgebrochen. Er überlebte mehr als 20 Tage lang, dank selbstgebauter Schneehülle und Konserven, bei Temperaturen bis zu minus 26 Grad. Untertitelung des ZDF, 2020